Servus Leute und herzlich willkommen zurück zum 1-3-3-3-7-Gaming Mit dem ruhigen Spiel Magica Wizard Wars Was? Ruhig? Ruhig? Ja ruhig Äh, ja keine Ahnung Doch Action, Action Ach, ach ja stimmt Ach ja stimmt hier Ach, ach ja stimmt hier Ach komm Ja hier im Hintergrund Ist Feuerwerk im Wald glaub ich noch? Ja stimmt das weil die feiern ja Äh Zehntägiges Jubiläum? Ja genau Zehn neue Zauberer Oder so Da hier stehen ein paar Steinpilze rum Stehen die bei dir auch? Ja klar Das sind gut Aber bei mir ist noch einer da He Ich bin ziemlich Oh, Beitritt jetzt gehts gleich los Oh, sehr schön Alter was haben wir für'n Eisbücher Alter was haben wir für'n Eisbücher Da lass es ja schon What the fuck Der ist voll auf Heel alter Und der andere voll auf Eis Zwei liefen gleich Äh Lief mir auch Ich hab's schon ausgedacht Aber ich wollt's nicht sagen Natürlich Das wird halt voll der Abfuck für uns Also ich geh auf die Lane wo nicht die zwei sind Ich auch Ich weiß nicht Also das Matchmaking ist ja ein bisschen komisch Entweder die haben sich das erkauft mit Geld oder die sind wirklich schon zu hoch im Level Ich glaub ich geh auch auf Frost Ich auch Weil das Einfrieren taucht hier viel frisch war Das ist der erste schon Jetzt haben wir einen Lowey Oh nein Ich hab neben dem Schossen Alter die können Packen mir nennen Vorsicht hinter uns Oh ach 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 Oh hier mich Hallo Diggi hier kommt Nein Oh ja Dann mal hoch gehst du den Boah alter der Die hat erstmal sprinten Oh nein Wisch nicht mehr Und jetzt noch einer Was für uns auch nice Alter Neben Minions der wächst Latschen Oh oh Gleich mal wisch die Sau Ach das ist der Healer Oh nein Oh nein Das sind die zwei Äh Mal schlägt ihn mit ner Fackel Alter die macht wieder nötig Alter komm 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 Alter Alter Wir haben jetzt ernsthaft den Punkt gegen die Loweyes verloren Wer Unsere Mates Keine Ahnung man Alter Alter Was ist das da? Das beeinfriert in der Gruppe Oh Toll alter Er läuft hinter die Er läuft hinter die Noch da? Ne Ey ich battle mich hier grad Wie ein Auf dieser Scheiß Ne gar nicht Undau Alter Ja 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 Nice Them saves Them saves Them saves Oh Oh Aua Hehehe Kermitabrog Ich glaube ich habe schon mal Nichts damage Alter Das sind solche Krümpel Oh Ich habe ein Healer fast down Oh Ich habe ein Healer fast down Oh Ich habe ein Healer fast down Oh Oh Ich habe ein Healer fast down Oh 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 Ich glaube jetzt einfach mal ganz mies hinten rum und nehme die Punkte ein Ah Oh 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 nein Ich freut mich ja ich überlebt Oh 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 Sie hat überall um die Kugeln gezogen Ah Ich bin tot Er Ja Alter ich habe Nule 1 Sie haben keinen Kill gemacht Ja ich habe einen Kill gemacht Und mehr noch nicht Aber ich mache jetzt hier mal meine Unity rein Ich sage hier voll auf das! Sack! Pam Hab ich Kills gemacht? Juhuhu! Was? Hast du irgendwas? Ja, zwei. Nice. Sehr schön. Hier rechts wird das übrigens angezeigt. Oh. Achso, ja, ja. Hört jetzt auch ulti eigentlich ab. Och ne. Es lockt jetzt nicht zu mir. Alter. Oh oh. Ach scheiße. Oh, da kommt der Meteorienagel. Hauptsache raus da. Weil der tölt jetzt an der eigenen jetzt. Nice aber. I'm safe. So, jetzt geht es darum, dass wir halt, ähm, selbst wenn wir null Punkte haben, die noch irgendwie runterbringen auf null. Ich komme von hinten umlassen. Oh scheiße. Oh fuck, jetzt sind wir zu zweien. Achtung. Aaaaah. Ja. Ganz gut. Ich heal dich rein. Finishing. Ist hier. Oh fuck. Sprint back, Diggy. Oh. Alter, der ist fast down. Nein. Nein. Oh, der Miner. Oh, der ist ja schon wieder voll. Oh, wir liegen vorne. Oh, der ist ja schon wieder voll. Oh. 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 Die machen so schade, ne? Ja. Oh. Null, null. Jetzt müssen wir uns mit dem Team treffen. Ja, dann lass mal. Ich hab ulti ab. Was oben geht. Was oben geht. Was oben geht. Ja, warte. Beleb lieber dann wieder. Lass den eben hier rechts. Diggy, hinter uns. We have captured the spawn point. Nice. Oh, der ist ja noch down. Alter, ich hielte ihn erst mal vor uns hier. Ja, es sind nur noch zwei von denen. Ja, alter. Aber ich müssen den schon mal gestimmt hier. Der macht die Minions doch mal weg. Ja, der ist klar. Wir wollen uns. Oh. Warte noch. Ich hab ihn aber ein. Oh fock. So. E center, ne betội. Nein. Haben wir geslo千? Und den Stahl nehmen Boah, du stehst ja voll vor mir Ich hätte jetzt gerade fast einen Dings Ich weiß nicht, kaum noch einen Stein Alter, der Verlauf auf mich Dann machen wir den Finisher Nice So, hier gehts nach Punkten Wie oben man ist Nicht nach Kills Ach, jetzt bin ich noch gestorben und es hat noch gezählt Ich hatte gerade noch 4-0-0 hier stehen Oh mein Gott Ja, aber das mit den Assists ist auch noch hart verpackt Mhm Mit den Assists ist ja hart verpackt Ja So komisch Oh, bald Level 8 So, ja Level 8 erreicht Level 8, ja, ja Und was ist bekommen? Feuer Feuer, Kristall Nee, die brauchen die Finisher Und die verdienten Krone kriegt man hier oben Und dann kann man sich eben im Shop Sachen kaufen oder mit Geld Und, ja Würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal Haut's weit